Hallo Antony, danke mir geht's gut und Ihnen? Oje, aber wahrscheinlich war das ja gegenseitig. Es ist für uns alle noch ungewohnt, aber wir werden uns bald zurückholen, das was wir möglicherweise verlernt haben, nämlich in die Augen zu schauen und damit fertig zu werden, dass der Gesichtsausdruck nicht immer lesbar sein muss, wie bei dem Emogekult. Musik 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 Untertitelung. BR 2018